In diesem Video geht es um die besten Dampfbesen. Der Qualitätssieger in unserem Dampfbesentest geht an den Black Plus Decker FSMH. Lange vorbei sind die Zeiten von Eimer, Lappen und scharfen Chemikalien der FSMH von Black Plus Decker beseitigt mit hoch erhitztem Dampf 99,9% aller haushaltsüblichen Keime und hinterlässt sichtbar saubere, streifenfreie Böden, die in Sekundenschnelle trocken sind. Der zusätzliche Dampfstrahl am Reinigungsfuß hilft gegen besonders hartnäckigen Schmutz. Reinigen Sie mehr als nur Fußböden und nutzen Sie die Vorteile des Dampfreinigens auch in anderen Bereichen im und ums Haus. Dank dem integrierten herausnehmbaren Handdampfgerät oder dem revolutionären Steam mit Dampfhandschuh können auch Teppiche, Fenster, Arbeitsflächen, Armaturen, Fensterofen, Herdgrill, Gartenmöbel und vieles mehr hygienisch gereinigt werden. Mit der einzigartigen Auto-Select-Technologie können Sie bedenkenlos alle versiegelten Hartböden wie Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Marmor und Steinschnell, einfach und hygienisch reinigen. Die richtige Dampfmenge und Temperatur wird einfach über die Auswahl des Bodenbelags eingestellt, der Boden trocknet in Sekunden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bissell 1897 N. Mit dem Power Fresh Lift-Off Steam Mob von Bissell reinigen Sie Ihre Böden und viele Oberflächen zuverlässig mit natürlicher Dampfkraft ohne Chemikalien. Bei sachgemäßer Verwendung werden durch diese natürliche Methode 99,9% aller Keime und Bakterien ausschließlich mit Wasser abgetötet. Dank seiner 1600 Watt heizt der Power Fresh Lift-Off Wasser innerhalb von nur 30 Sekunden auf. Er ermöglicht eine Reinigungszeit von 21 Minuten. Dank des dreieckigen, allseitig beweglichen Reinigungsfußes können Sie ganz einfach über Böden manövrieren und Ecken effizient reinigen. Sie können die integrierte Lift-Off Vorrichtung entfernen und mit dem Handgerät Dampfkraft auf und über Ihren Böden verwenden, wie beispielsweise im Bad oder in der Küche. Mit 13 Spezialaufsätzen reinigen Sie Tische, Waschbecken, Fugen, Fenster und vieles mehr. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Dampfbesen-Test ist der CleanMax Dampfbesen. Den Dampfreiniger können Sie problemlos auch als Bodenreiniger, Teppichreiniger, Handdampfreiniger, Fensterreiniger und Textilglätter verwenden und vereinen so fünf Funktionen in einem Gerät. Das umfangreiche Zubehörpaket macht den Dampfreiniger von CleanMax zu einem echten Allrounder zur Reinigung Ihres Haushalts. Verwandeln Sie den effizienten Dampfbesen ganz einfach und schnell in einen praktischen Handdampfreiniger und säubern so mühelos auch schwer erreichbare Stellen. Mit dem umfangreichen Aufsetzen können Sie jeglichen Schmutz in Rillen, Fugen, Teppichböden, Fliesen, Felgen oder Gittern entfernen. Der Nassrehinger ist in weniger als 30 Sekunden einsatzbereit, sodass Sie wertvolle Vorbereitungszeit sparen und mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge haben. Mit seinem großen Tank von 350 Milliliter sorgt der Dampfbesen bis zu 20 Minuten Dauerdampf. Sie brauchen nicht oft nachfüllen und haben eine beständige Leistung an Dampf und der Putzeimer wird überflüssig. Dampf reinigen der neuesten Generation. Sie können die Dampfmenge stufenlos regulieren und haben somit für jede Oberfläche die geeignete Dosierung. Der Dampfreinger steht durch seinen Dreiecksfuß von allein aufrecht und kann mit seinem Schwenkkopf leicht um Ecken oder Stuhbeine wischen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.